Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. XCOM Enemy Unknown. Wir werden jetzt hier entlang dürfen. Wahrscheinlich mit dem Schlimmsten, dem Schlimmsten rechnen können. Wie es hier so scheint. Wir werden deswegen sehr langsam und vorsichtig vordringen. Weil das war nicht umsonst wieder irgendein Ufo, welches so extrem drauf war. Ja, schon im besten Schutz und so. So, und dass wir das jetzt abgeschossen haben, gefällt sich ja den Aliens nicht annähernd. Da können wir damit rechnen, dass sie nicht wirklich wollen, dass wir das weiter erkundschaften. Oder dass wir das bekommen. Deswegen kriegen wir, glaube ich, gleich richtig diesen Ärger. In dem Sinne. Aber naja. Vielleicht Scanner lohnt sich nicht. Heldposten haben wir noch. Das ist weiter innen drin. Gehen weiter hin über diese. Diese. Hm? Wenn die Aliens diese Tarn-Technologie speziell zum Verbergen dieses Raumschiffs einsetzen, muss ich im Inneren etwas extrem Wertvolles befinden. Oder etwas extrem Gefährliches. Ist ja beides wichtig. Ob es extrem gefährlich oder extrem wichtig ist, ist, äh... Ja, gehen die Hose, Alter. Zum Glück da auch nicht. Ja, zum Glück war das recht noch gut. Diese Mission ist wiederum eine. Da denke ich mir so ein bisschen, ja, da muss ich sehr arg aufpassen. Da kann ich so richtig hart eine auf die Schnauze bekommen. Ohne dass ich es möchte. Guck mal auf. Mal gucken. Vor allem scheint hier noch alles intakt zu sein. Das ist ein Anlass. Das sieht alles anders aus. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall hier als Einheit rumbewegen. Alles andere wäre ja der dümmste Fehler, den man machen könnte. Hinten dran auf jeden Fall mit Feldposten arbeiten. Wir machen hier auch gar nichts kaputt, weil es hier recht viel gibt. Das ist auch klar. Wir wollen auch schon mal hier gucken. Scheint zumindest bis dahin schon mal nichts. Das ist ein echt großes Uf. Fast nichts. Zuerst mal in dem Sinne. Da geht deswegen nur fast nichts. Das ist in der Richtung. Scheint es ja gut chillt genug zu sein. Scheint aber auch da drüben zu sein. Aber wir gehen Stück für Stück, glaube ich. Scheint ja da drüben zu sein. Kein Problem mit. Du bist du am besten schon mal bis dahin. Das ist glaube ich die Spezialfähigkeit. Die können wir sehr gut gebrauchen. Mit den anderen müssen wir halt safe genug hingehen. Da innen drin wird wahrscheinlich voll was sein. Das wird noch eine Mission. Das wird noch eine sehr, sehr interessante Mission in dem Sinne. Hier richtig durchzukommen. Wird sehr schwierig sein. Sehr schwierig. So. Da wäre ich auch bis da durchgekommen. Jetzt lassen wir da gleich aufmachen. Und gucken. Was da so wunderbares drin ist. Scheint total frei zu sein. Drüben, glaube ich, scheint was zu sein. Die Aliens setzen jetzt häufiger mechanische Einheiten ein, die über viel größere Feuerkraft verfügen. Wie sollen wir etwas von dieser Größe nur effektiv bekämpfen? Es könnte Jahre dauern, das Innenleben dieses Dings zu erforschen. Ich hoffe, der ist nicht zu heavy. Wir machen hier einfach ein Sicherheits-Safe. Ich habe Angst vor dem Typen. Ich habe Angst vor dem Typen. Ach du Scheiße. Beim Ding einfach so ein Typ, so ein Ding ist einfach mal. Mal sehen. Ich bekomme auch den anderen weg. Gehe zum Angriff über. Zum Angriff nur bis dahin. Den sollst du bitte erledigen. Danke. Da ist keine Bedrohung mehr. Dann müssen wir wahrscheinlich vollen, puren, krassen Angriff gehen. Oh Mann. Keine Ahnung, wie die dann genau funktionieren. Das müssen wir schon mal so verbehalten, dass wir gleich auf jeden Fall mit allen ohne Probleme nach vorne laufen können. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Angriff, Nahangriffstyp? Ist das doch eher so ein, keine Ahnung. Das ist es halt. Ich weiß es einfach nicht so ganz. Nur noch hier Feldposten, da haben wir wenigstens ein paar Feldposten, auch wenn die dann wahrscheinlich nichts bringen werden. Ach du heiligen Scheiß. Ich kann zweimal angreifen. Ich weiß es halt im Hauch sind schwerer zu treffen. Können wir auf jeden Fall hier machen. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? What the hell? Schnellfeuer, alter. Einmal. Zweimal. Ist ja gerade so noch mit drin. Ja, komm, Wie bereits zuvor erleben wir eine schrittweise Ausentwicklung der Alien-Exemplare. Diese schwere Panzerung scheint praktisch nicht zu knacken zu sein. Als wären die ersten Newtons nicht schon schlimm genug gewesen. Sind diese auch noch gepanzert? What the fuck? Warum kaufe ich da genau hin? Fuck, fuck, fuck. Warum? Vor allen Dingen hätte ich einfach nur hier stehen können. Ich mag es gerade. Und tu ich es ja auch. Wenn ich... Ich habe es das nicht umsonst gemacht. Okay. Damit wir nicht alles verlieren, was wir haben. Diese Variante so nehmen. Was ich gemacht habe. Da sehen wir natürlich den Typen. Das ist ja einmal durch. Oh. Ich denke gerade, dass ich... Ja, meine Grundtaktik vom letzten Mal einfach total überworfen habe. Die hätte ich schon nehmen sollen. Mit Sturm und Schuss. Jetzt erstmal hier ein Feuer. Bam. Und hier mit Sturm und Schuss. Nüsste ich genau so in Deckung begeben. Okay, warum auch immer zweimal angreifen? Das ist so ein richtig heftiges Problem. Ei, ei, ei. Den haben wir jetzt nun auch. Ei, 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 ei. Ich hoffe, der trifft einfach diesmal wieder nicht. Wenn doch, dann werdet ihr sehen, wie er... Ah, geht der extrem. Der ist in Angriff. Der ist in Angriff. Was? Wir kommen alle einfach sieben Schaden. Bitte daneben, Alter. Alter. What the fuck? Macht einfach sieben Schaden auf alle. Dann kam die sich nicht reinbewegt. Alter. Dieben Schaden. Gut. Das ist ein bisschen... Glück gehabt. Das ist auch nicht so schlau, aber mit einem Schnellfeuer... Vielleicht sollte ich schon mal was machen. Kannst du auch schnell feuern. Der kann nicht nochmal. Nee, kann der nicht. Feuer. Jetzt endlich weg, oder? Ach, du Scheiße. Müssen wir uns innen drin wieder formieren. Wie sagen. Hier innen drin. Auf jeden Fall. Ich will da am liebsten in die Mitte rein. Aber ich weiß, da drin kommen schon irgendwelche. Ah, hier ist es. Das wird sehr interessant. Wird nun ein paar auf jeden Fall kommen, leider. Und das haben wir im Grunde schon mal alle genervt. Ja, und jetzt kommen sie. Bereits zuvor erleben wir eine schrittweise Weiterentwicklung der Alien-Exemplare. Diese schwere Panzerung scheint praktisch nicht zu knacken zu sein. Als wären die ersten Newtons nicht schon schlimm genug gewesen. Sind diese auch noch gepanzert? Wie sollen wir das denn jetzt hinbekommen? Du bist gesaved. In Anführungsstrichen gesaved. Was ist denn aus? Kann ich beide treffen? Ja. Das wäre schon mal irgendwas. Damit machen wir... Oh, wir haben da ein bisschen was kaputt gemacht. Naja, gut. Das soll man halt erwarten, ne? 50%. 75? Perfekt, oder? Droh Munition. Ich bin leer. Was ist denn da durch? Wenn ich Munition für Schnellfeuer, fuck. Mal 4 Schaden. Bis dahin. 60 Prozent. Nächstens einer schon mal weg. Du machst einen mega Präzisionsschuss. Gut. Ey, das frisst halt. 13 kritisch. Wow. Wegen der in der Zone. Ach. Ich hätte echt noch mehr machen können. Ein bisschen nachladen. Nachladen. Das ist riskant, weil ich hier jederzeit jemanden kommen kann. Aber gut. Wir sollten gucken, dass wir mit denen, die schon weniger Schaden haben, auf jeden Fall safe genug stehen. Dass sie nicht in einem blöden Angriffsbereich oder so sind. Fertig und bereit. Passen. Kann sogar da bleiben. Ist sogar noch gesaveter, glaube ich. Ist da hinten dran. Kannst sie sogar... Oh. Wäre doch mal nicht schlecht, jetzt meine Wunde zu heilen. Zehn Trefferpunkte einfach. Alter. Das ist wirklich sehr gut. So ein mega-kostes Medikit. Oh. Kann sehr gut abgehen. Hellfeuer wäre theoretisch möglich. Ist da auch so. Kannst du bis dahin laufen und dann nachladen. Können wir sehen. Drüben. Weiß da drüben. Aber weiß ich schon mal Bescheid für später. Kommander, dieses Gerät muss äußerst wichtig für Sie sein. Wir sollten es unbedingt in unsere Gewalt bringen, um es untersuchen zu können. Trotzdem noch wenigstens reingehen, um zu gucken, ob da überhaupt irgendwas noch drin ist. Das ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Aufgrund seines Erscheinungsbildes würde ich vermuten, dass dieses Alien sich nicht auf Ruhe gewalt verlässt. Ihre Truppen sollten extrem vorsichtig sein, Commander. Mir war es lieber, als Ihre Bewaffnung offensichtlich war. Abseh. Tschüss. Zutatibel. Negativ Schaden. Kannst eh da nichts machen. Okay. Kannst du doch nur schon mal stehen für später. Wenn nicht. Kannst du überhaupt noch einen miesen Trip ausüben. Gibt ja nur nichts. 77%. So. Scheiße. Oh, noch mal als Feldposten. Und du musst in Deckung gehen. Das ist ja Feldposten. Scheiße, ich habe Angst vor diesem Vieh. Das ist ja auch nicht. Abgechillt, bitte. Ganz ruhig bleiben. Alter. Chillt. Jetzt müssen wir einfach chillen Nichts anderes ist möglich Was? Zum Glück 13 Schaden ey Wir müssen den eh killen Sechs Schaden Das ist unsere letzte Hoffnung Meine Frisse Das ist echt unsere letzte Hoffnung Wenn er es nicht schafft Den unter Kontrolle zu bringen Was? Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein Passt auf die Seiten auf Was zum Geier passiert jetzt alles? Zum Glück nur niedergehalten Okay Das ist problematisch Ich hoffe der macht den nicht da Oh nein Wenn ihr alle chillt Das ist kein Problem Alles kein Problem Einfach nur ruhig bleiben Das ist ein bisschen problematisch Das weiß ich Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Wir haben einen verloren Aber das ist jetzt nicht unbedingt schlimm Wir müssen wissen Das wird chillen Wir können Er kann wieder sich frei bewegen Gut Wie geht's bis dahin? Zum Glück So war's Das ist wieder eine Beliebung So Wunderbar Das ist sogar noch die andere Einheit Cool Kannst du jetzt bis dahin Vorlaufen Vorlaufen Du kannst bis dahin vorlaufen So Du kannst bis dahin vorlaufen Ah Ah egal Schon irgendwie Sinn ergeben Oder So kann ich nicht So kann ich nicht So kann ich nicht So kann ich nicht Scherz ist irgendwie Warum auch immer Für Dings Super Dieser Trip Schon mal etwas So kann ich nicht So kann ich nicht nur ein einzelnes Dingens. Das ist gut. Zum Glück nur ein einzelnen verloren, meinte ich. Oh, ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, deswegen. Ups. Kann mal passieren, ne? Heieiei, hat das mich jetzt aus der Bahn geworfen. Alter. Schade, dass wir einen verloren haben. Und ein guter Erfolg steht uns fest. Was zum Gajak ist das? Extrahiert aus einem getarnten Schiff und bewacht von dem mächtigsten Geschöpf, das wir je gesehen haben. Was glauben Sie ist es? Ein Objekt mit immenser Kraft. Denken Sie, was wir damit tun könnten, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln. Ein gefährlicher Gedanke, Doktor. Wir müssen den untersuchen, das ist klar. Aber das alles dann erst im nächsten Part. Oh, oder auch noch nicht. Sir, ich empfange da etwas. Noch ein getarntes Schiff? Nein, Sir. Es ist groß. Oh. Bitte sagen Sie mir, dass es sich um ein fehlerhaftes Signal handelt. Ich wünschte, ich könnte. Dieses seismische Ereignis entstand direkt unter unserem neuen Kontakt. Mit unserer Ausrüstung könnten wir dem Ding nicht mal einen Kratzer verpassen. Wenn Sie beide noch irgendwelche genialen Ideen haben, raus damit. Hallo. Scheiße. Wir haben hier ein sehr großes Problem vor uns. Das Iterach-Gerät. Leider haben wir einen wichtigen verloren. Aber leider. Ist das so? Wie möglich ist es einmal zusätzliche Standard-Raketen pro Schlag zu... Hm. Ich soll bedeckungsvollen Flächenangriffen zusätzlich Schaden an basierend auf die Technikstufe der Waffe. Dann lieber das. Oh je, Mini. Dann sage ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Bei Let's Play XCOM Enemy Unknown und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.